hallo dieses ist eine kurze einführung in octave ein wunderbares programm zur mathematischen datenverarbeitung es ist weitgehend kompatibel mit dem sehr bekannten matlab was für matrix laboratory steht und das ist auch das programm von octave da geht es im wesentlichen darum zahlen miteinander zu verknüpfen und mit zahlen das base element ist eigentlich die matrix zu arbeiten nun ich habe sie schon mal gestartet man findet hier zwei bereiche auf dieser seite hier eigentlich für uns nur interessant ist das inhalt verzeihen ist der datei des folders in dem wir gerade arbeiten den sieht man hier oben und dann haben wir hier das befehls fenster und hier unten noch den editor auf dem man auch umschalten kann mit dem man dann eigene funktionen schreiben kann okay bleiben heute befehls fenster und machen ganz einfache verarbeitung berechnung eines widerstands aus 10 wir sehen der werte der variable wird zugewiesen und auch gleich die ecco die gleich 0,1 ampere meinetwegen und der widerstand ist er gleich und das war es schon wenn wir jetzt er noch mal wieder aufrufen dann kommt hier dabei raus dass die der inhalt der variabel noch mal gezeigt wird es ist doch tatsächlich der inhalt oder der wert der variable gespeichert nicht die funktion die hier oben als er durch steht okay es könnte ja sein dass wir mehrere widerstände gleichzeitig berechnen wollten also ein gleich ja dann ein vektor angeben von 10 volt 20 volt und 30 volt auch das wird wieder die ecco das ist manchmal ein bisschen unschön vor allem wenn man jetzt lange vektoren hat wo ganz viele zahlen kommen dann ist der bildschirm schnell voll deswegen kann man die ausgaben mit einem semikron unterdrücken und schon wird nichts geht und wir brauchen genauso viele ströme das sind immer 100 milliampere gewesen und dann machen wir gleich das semikron dahinter und das war's und jetzt berechnen wir gleich durch die stellen fest dass da was ganz komisches passiert weil jetzt nämlich eigentlich hier in dem gleichungssystem gelöst wird und matrizen durcheinander dividiert werden was wir so eigentlich gar nicht wollen was ihr gewollt haben ist dass diese beiden nämlich spannung strom elementweise durcheinander dividiert werden und wenn wir das wollen dann müssen wir dann punkt vor das einsprächende operations zeichen machen hier vor das geteilt und schon passiert das auch wir kriegen die dinge na gut stellen wir uns vor wir wollen das kommt mal weg stellen wir uns vor wir wollen jetzt der funktion aufrufen die genau das tut was wir hier gemacht haben die nennen wir wird deswegen habe ich das gerade weg gemacht dann würden wir den editor aufrufen mit edit mit m und wir sollen es auch erzeugen da kommt es eine ganze menge lizenzkram den brauchen wir erstmal so nicht das stört auch nur was hier entscheidend ist das schlüsselwort function und die funktion heißt genauso wie das file nämlich wird punkt m das ist übrigens ein m fall der standard für solche sachen und dass die funktion muss genauso heißen wie das pfeil damit matlab oder oktave findet gehen wir mal ein paar kommentare an ich nehme den plus prozent zeichen weil das nämlich mit matlab kompatibel ist berechnet wieder stände aus toren spannung so und da könnte man das hier auch wieder eintragen die sowie was eben auch gehabt haben den widerstand den normalen und machen das gleiche durch die damit ist auch gleich zugewiesen das entfang schon mal aus kompatibilität gründen auch weg hier wäre es egal aber besser ist das ok und wenn ich jetzt hier aufrufe diese funktion wird dann kriege ich das als ergebnis aus ich könnte sogar zuweisen herr gleich mit und da ist das mal angenommen wir wollen eine stromspannungskennlinie schlachten könnte ja sein für einen widerstand von r gleich 100 ohm und wir haben die spannungen die wir angeben wollen sollen von minus 10 in 0,5 schritten bis 10 volt gehen ich mache es mal so da sieht man dass das 0,5 schritte sind naja und das könnte man einfach nur sagen plot und durch herr und nach einiger zeit entsteht hier plot dennoch gleich größer machen können können hier noch gitter einfügen damit man es besser sieht natürlich hätten wir hier nicht hier die 20 werte nehmen müssen oder 21 werte nehmen 41 werte nehmen müssen hätten auch zwei gereicht weil es eine gerade ist ok haben wir nicht gemacht so mal angenommen wir wollen eine widerstandsschare also mehrere von diesen geraden hier automatisch plotten lassen in einer funktion auch noch mit achsen beschriftung ich dann schon mal was vorbereitet kleine funktion hier die genau das tut nämlich von einer minimalen spannung bis zu einer maximalen spannung widerstände minimaler widerstand zum maximalen widerstand plotten und zwar 100 spannungspunkten was wie gesagt vollkommen unnötig ist zwei würden reichen und das ganze für zehn widerstände so dass zehn unterschiedliche geraden auftauchen hier wird wieder elementweise durch r transponiert geteilt also jedes element von u wird durch immer ein element aus diesem vektor r dividiert das ist ein bisschen komische konstruktion das sollte man auch ausprobieren und die spannung wird geflottet grid wird angestellt es wird eine achsen beschriftung zugefügt und eine legende eingeführt wenn ich das aufrufe hier r kl minus 10 bis 10 von meinetwegen 200 bis 500 oben damit die dinge und die aus zu weit auseinander gehen dann bekomme ich hier genau die schar und ich habe hier als steilste kennlinie die 200 umkennlinie 233 bis zur flachsten das sind die 500 oben hier unten die spannung hier der strom ok das soll eine schnelle einführung reichen ob jetzt bitte selber weitermachen und spaß dabei haben